Ja, liebe Freunde, wie ihr seht, ich genieße hier den angenehmen Duft einer, wie heißt das? Schicha? Schicha. Schicha ist Affe, aber ja, liebe Facebook-Freunde, ich bin hier auf Evita Beach zu später Stunde und ich genieße den Feierabend. Und ich muss sagen, es ist ein angenehmer Apfelgeduft, es macht wahnsinnig Spaß. Hallo Kamerafrau, bitte ruhig bleiben. Und es ist wirklich toll hier, die Atmosphäre, ich kann euch nur empfehlen, ihr müsst mal abends hier hinkommen. Wahnsinnige Atmosphäre, toll, mit einem neuen Besitzer, den werden wir demnächst noch vorstellen. Das ist der Tam, der ist aber jetzt noch nicht zu sehen. Oder hast du den schon drauf? Nein, verraten wir nicht, wir machen es ein bisschen spannend. Auf jeden Fall, tolle Atmosphäre, kann ich nur empfehlen. Kommt mal hier hinten, guckt euch euch selber an und genießt auch mal diese herrliche Schicha. Jetzt habe ich es. Also, bis demnächst, euer Dieter. Bei рассказ. Wow. I superahu. I superrop plein Satan. Ich brauche euch Ideer ins manure retreat. Ich brauche mich, być das aber es nicht gut und gäbe.